aber diese diese übersehene Remis Schaukel hier die fand ich schon nicht die war schon nicht ohne Turm H8 aber nicht das sondern jetzt Dame H6 und das ist tatsächlich Remis so soll man ja so soll man ja eigentlich nicht meinen dann denkt man ja das ist ja noch ein Abzugs Schach hier jetzt bricht doch alles zusammen nee nee tut es nicht da bricht nichts zusammen Dame H3 Dame F8 sowas vielleicht Dame E6 wieder zurück ja das Schach ist nichts weil die Dame alleine die weiße Dame kann den schwarzen König nicht in ein Mattenetz bringen und die beiden Türme spielen nicht mit dafür die spielen nicht so mit dass sie einen Angriff unterstützen können sie stehen aber auch also sie tun eigentlich nur sie machen nur nur schlechte Sachen ja sie stehen so der hier droht einen Bauern zu schlagen den er nicht schlagen kann der hier unterstützt einen Freibauern der aber gar nicht weiterkommt der braucht halt noch zwei Felder steht aber vor allen Dingen stehen beide dem eigenen weißen König im Fluchtweg ja also es ist aber so wenn das bei euch auf der Arbeitsstätte passiert oder im Betrieb und da kommt der da kommt der Sicherheitsbeauftragte und sagt was ist das denn das ist doch ein Fluchtweg da könnt ihr doch keine Kartons hinstellen seid ihr denn bekloppt die beiden Türme die stehen hier unten wie die Kartons im Fluchtweg in der Firma im Büros oder in der Halle haben Fluchtweg verstellt und ihr seht was für dramatische Folgen das hat deswegen auch immer immer im Betrieb folgen was der Sicherheitsbeauftragte sagt der hat sich was dabei gedacht denn wenn es mal brennt dann ist man froh wenn der Fluchtweg wirklich frei ist und ihr seht ja hier brennt es ja für den weißen König mit Mattdrohungen und der hat keinen Fluchtweg mehr und ja nächstes Mal stellt er den Kartons woanders hin ja aber hier nicht mehr gut gut